Hallo Leute, ich bin Chef von Team BumbleTee und wir sind zurück nach sehr, sehr langer Zeit mit einem Tech-Profeil, Burning-Gebüß natürlich, Meta, Musseln. Und ja, zeigen wir es euch mal. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Schüppel-Scrum, Rammel-Graf, Rammel-Sher, Rammel-Profit. Ich glaube, das spielt jeder in den World Cup, oder? Standard, ja. Schüppel-Turgat. Wie heißt der Typ? Zweimal den Typen, zweimal den. Ich finde das aber schlechter. Ich mag den nicht. Ausdruck gewesen. Ja, leider. Und ein Wille ist natürlich die beste Karte. Keine Max C ist keine Wille. Zwei Monster. Wie viele Monster spielst du? Ich glaube, warte mal. Sechs, fünf, fünf, fünf. Okay, ja, passt. Zwanzig Monster. Ein paar Spiele, ein paar Spiele. Zauberkarten. Triple MST. Findest du die gut? Die sind gut gekommen, ja. Okay, okay. Kommt sehr gut in den Format. King Burning gewesen. Foolish. Dann sowas. Und Duster. Wieso spielst du das denn? Weil du einfach eh sehr schnell Deckhaut gehst mit Dante. Du willst einfach instant drei Karten einmal. Und mit Graf und Serd hast du sozusagen wieder einen Dug. Also so schlecht ist die Karte nicht. Und du musst halt irgendwas aufzählen. Was? Spiel mir keine Lua? Lua finde ich nicht so gut, weil du was banischen musst. Ja, aber Speedman. Und da ist mit der Dugend viel besser. Nein, aber Raikeke ist gut gegen Leo. Spiel sich an Zink. Ist okay. So, das waren die Spells. Jetzt kommen wir zu den Traps. Triple Traps. Ähm, Triple Lake. Ich weiß nicht, ob ich drei spielen würde, aber okay. Dann Triple Phoenix Spielenblast. Zwei Common Kamer Cuts. Zwei Common, wenn ich sehe. Ähm, wenigstens sind die Ulti. Und... Also zwei Breakthrough. Breakthrough beste Karte. Und einmal Duster. Das ist ziemlich gut, oder? Ich würde sogar einen zweiten Line haben. Ganz ehrlich. Ich finde die Karte ist so groß. Die Karte ist wie damals, wie es scheiße ist. Episcol für Mammels. Das ist die Karte. Genau. Broken! What? Äh, Exelec. Sandman's Super. Tim Tempo. Zweimal Burensohn Karte. Einmal gegen Brilliant. Ein Dracula. Ein... Wie heißt der? Man kann hier so eine Cone machen. Warte, wie geht die? Ihr mit dem Typen, oder? Mit dem Typen, oder? Du kannst halt... Mit dem Typen, genau. Das Detacheln, das Negi und dann... Huuuuh! Like Schuh. Ähm... Es sind eigentlich drei drinnen, aber ich hab den drinnen rausgeborgt. Okay. Was drei von was drei? Nein, nein. Es ist Kohlen zu was? Nein, natürlich. Dreißig Kohlen. Ähm... Ein Triple Dante natürlich. Zwei Burensohn und eins holen. Von Langbeller. Unterschrieben? Ja. Wie ist es? Einfach so. Ähm... Sidebots. Ist das gut so. Ich würde halt vier Karten nicht spielen. Oder sechs. Sechs. Keine Ahnung. Aber die sind gut. Majestic natürlich. Majestic. Finde. Einmal ein Chaos. Ein Chaos. Ähm... Jetzt fragen sie viele. Ähm... Nichts fragen sie sich. Die wissen, dass Chaos gut ist. Puppet Plant. Ich spiel die eigentlich nur wegen Satellar. Weil die Meister halt Krieger sind. Und schon mal, weil die halt alle Hexer sind. Weil es die ersten so laufen schon viele Satellar. Also ich find... Puppet Plant... Ich bin Puppet Plant nicht so schlecht eigentlich. Es ist schon gut gekommen. Nicht schlecht. Ja... BTA in Secrets. Ähm... Zweimal... Das da. Wieso spielst du das? Fucking lights one. Nur lights one? Okay. Ja... Jeder lights one ist so gut. Das war... Aber Deep Dark sind eigentlich nur da wegen Clifford. Weil... Es werden einfach gebanished. Gibt es bessere Karten wie Clifford? Echt? Ja, das ist... Ich sage ja... Sidebots ist random. Ich würde das kicken für Feenwind. Ja, ja. Ich würde sie eher rausnehmen. Okay, ich zeig mal das Sidebots. Double Traps und auch Double Crow. Pro Wings, Attila und auch... Also ich hier kicken würde, wenn die Traps sind. Ich kann's weckern. Das, da kannst du auch weckern. Ähm... Sonst ist alles... Ja, keine Ahnung. Das hat für Hobbillig abgespielt. Die... 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 Die sind ja nicht zu höheres. Feenwind ist viel zu gut. Du musst Feenwind spielen. Eventuell, wenn du mir jemanden spielst, so Jamatree ist auch nicht schlecht, oder? Jamatree ist gut, ja. Ich hab... Aber leider keins. Achso, okay. Deswegen... Ähm... Ey, ja. Was ist denn los? Erste Seite leer? Ja, das war das Deck. Ähm... Ich hoffe, es hat's gefallen. Wenn ihr... Wenn ihr kreativerer Deck sehen wollt, also nicht immer Meter, 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 weil... Im Spielraum laufen halt nur behinderte Decks rum. Können wir dir aber auch trofeln. Also, falls ihr irgendeinen kreativen Isch sehen wollt, liked das einfach. Ähm... Frage noch... Ah, das war völlig englisch. Noch irgendwelche letzte Worten? Worte? Letzte Worten? Ähm... Ich bin heute 3-2 gegangen mit Joe Dolch. Schlechtes Deck. Wird's nicht wieder spielen. Und... Von wem hast du's ausgepackt? Äh... Peter Chang. Und ja... Servus, Leute. Tschüss, tschau. Tschüss. Äh... Jar, bä fremd an, brightness IDP. Jetzt.. Vielen Dank.